Hallo Leute, wir spielen heute ne Runde Lineagrab Jumpers mit und wir haben einen Gersten fach, schwarze Rose. Hallo, hallo, moin, ich hab vorhin auch schon mit für sie ein Video aufgenommen, ich hab auch ein Video für mich aufgenommen, ich hab abhanden gegangen, es heißt wiederholen wir jetzt kurz, du suchst in der Zeit ne Map aus, ok? Also, wir haben gesagt, wir haben verschiedene Maps gehabt, wo dann gleich am Anfang so das Ziel war und das wollen wir nicht und wir haben auch sowas, hier könnt ihr uns Maps schicken und schreibt den Namen, erstmal hier, Hashtag Schwarze unter Strich Rose oder Hashtag, ja schon wieder so, Was die, die wir gemacht haben, ich meine, das ist nur als Beispiel Ok, unsere Maps Sowas nicht, so wie Langrennen und dann auf Ziel Wir zeigen euch jetzt mal ne ordentliche Map Du, die ja suchen Ähm, ich sag den Titel und du gibst es ein Ähm, wir spielen eine von unseren Maps, wir haben die ordentlich gebaut Godzilla Wars Gut Und danach spielen wir die, ähm, andere Map von uns Und danach spielen wir die, ähm, andere Map von uns Die könnt ihr natürlich gerne, ähm, anspielen Hast du's? Warte Also hier, ähm, Godzilla Wars und ID SFUP Okay Dann haben wir hier noch Dreamhouse Dreamhouse, ähm, ID S7 8C Und noch ne andere Map von mir, ähm, YouTuber Chris durch Jam 1, ID S1 W1 Okay Wärst du soweit? Ähm, nein Noch nicht Also nochmal Maps einschicken unter, ähm, Hashtag Schwarze unterstrich Hose und Hashtag Finn unterstrich 306 unterstrich DE Das in den Namen schreiben und dann spielen wir sie Bitte heute noch am 16. April oder ähm, morgen am 17. Das wäre ganz nett Und, ähm, ja, ich würde sagen, das ist jetzt hin Hallo Wir spielen was anderes, wir spielen das hier Oh, oh Dreamhouse Dreamhouse? Ja, das haben wir auch nicht gefunden Okay, unsere andere Map Hier so ne kleine Roomtour Vielleicht zeig ich euch den ein oder anderen Schummeltrick Nein Und hier bleibt man doch immer heim Und hier bleibt man doch immer heim Ich hab gestern noch ein paar Runden mit anderen Schummeltrick Ähm, und wir haben es geschafft, ohne zu brennen, da durchzukommen Man kommt da brennend durch Bloß nur, man muss aufpassen, dass man sich in den Säulen stecken bleibt Ja, also, falls ihr mit uns spielen wollt, ähm, schreibt uns das mal in die Kommentare Ähm, wir gucken dann mal vor der Aufnahme, ob ihr gerade, ähm, ob ihr, ob der gerade geschrieben hat, ob er online ist und mal eine Runde mit zu spielen Ja, und wir werden jetzt noch ein bisschen aufnehmen Null Schade Nein Ich werde nicht sterben Also Leute, ich zeig euch das mal Eigentlich müsste man hier, ähm, hier hoch, dann auf den Schleim Dann ist Wasser Dann die Leiter, ähm, dann hier die Sprünge Und Schaus, die zeig ich jetzt noch mal von hinten Hier, hier wohnen Lorti, Köschli, Schwarz-Rose und Finra zu Wecksee Ähm, ja, hier unser schönes Einrichtungsmal Oh, schön Okay, gehen wir weiter in den nächsten Stock Ja, hier nur ein kleines Chill-Sound Ich sterbe Ja, und So, dann geht's hier weiter Dann so ein kleiner Speed-Phase-Sprung Speed-Phase-Sprung Ja, keine Ahnung, ich hab's hier jetzt nicht Ähm, hier ein paar Jumps In unsere, ähm, schöne Katze rein Hoffentlich nicht ins Feuer gehen Das ist auch dazu da, dass man nicht betrübt Hier zum Beispiel Ja, hier Damit man nicht sowas macht Äh, ich schick das nicht Ähm, ja Und die Katze zeig ich jetzt nicht von innen Ich Ähm, nehme jetzt einfach meine Meine Abkürzung, die nehmt ihr bitte nicht Als ich einen dabei erwischen sollte, ähm Es gibt's ordentlich einen auf dem Zeiger Und die könnte angestellt werden Und dann zeige ich gleich noch ein paar Sachen Okay, ich bin jetzt auf das Ziel geraten Ich bin auf das Ziel geraten Ich bin auf das Ziel geraten Ich bin auf das Ziel geraten Hier hinten ein Herd Ach, hat nicht du das Herz gebaut So, war's Lottie Katarose Ich doch nicht Was machst du? Hier war langweilig Ein schönes Herz Jetzt schau ich auch mal die Katze von ihnen da an Ja, schön Hier, runter Ja, alles ganz locker easy Das einzige schwierige Ja, es gibt dann vier Schmetterlinge Katze, Haus Oh, hier noch ein paar schöne Türmschen Und wie wir sehen Schafft Das sieht man auch nicht Ich geb den Tipp hier, guck mal Machen wir jetzt mal nach Hallo Also Hier rauf Hier rauf Hier rauf Hier rauf Bist du hier? Probierst hier rauf Und Endlich Ähm, schafft es auch nicht Warte, nochmal zurück Ich sehe auch eine Enderperle Kann dir aber nicht Äh, nicht abgeben Das haben wir Gestern Gesehen Maps, wo ihn meistens Meistens gestern stellt Ihr könnt auch gerne mit uns in den Maps bauen Einfach unter die Kommentare schreiben Und wir sehen Wir sehen's dann Wir lesen jetzt Und Ja Noch eine Map von uns Oder besser gesagt von mir Ich diktiere dir Die suchst du aber Ja Okay, dann Ich schläfte kurz Verbind und trennen Wie ihr seht Gezockt wird aufs Zimoria Danach noch ein paar Schmackige Räume Auch Bettwurst Oder so Und Gommel Gut, ich suche jetzt Los Blick auf mich Die kam es hier sehr gut an Wie ihr seht Die schwarze Rose kann das nicht Wer ist hier noch drin Blablablabla Ja Ja Ja, hier nochmal Wie? Bei Gomm es lange vor Gomm er hat nichts Ganz klar Gomm Gomm Da hat's schon mal Ähm, schwarze Rose wieder mal ein Fail Wie fälltst du da immer wieder drauf rein? Hallo Schwarz Rose Gomm Gomm ist richtig Guckst du denn gar kein Gomme? Ein Aura hat er Das ähm Hier steht aber auch Aber hier steht aber auch richtig Es geht gut Es geht gut Mir ist das egal So toll, wo bin ich jetzt hier gelandet In einem schwarzen Loch mit Wasser Na toll Hat sich die Mühe ganz gut gelohnt Ach man ey Ja Oh, das war meine ersten Checker Okay, nächste Frage Was war das erste große YouTuber-Minecraft-Projekt? Was war das, schwarze Rose? Hm, weiß ich nicht Megaprojektor Hero Bin grad beschäftigt, ich hab keine Zeit In 30 Sekunden schaff ich das noch? Leute, jetzt muss ich mich beilen Nein Okay, das schaff ich nicht Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschau und Lasst gerne eine Bewertung da Ist schon nicht klar Ähm, hä, ähm Die Maps kann ich dir schicken Tschau